– Törö, 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 törö. Ich glaube, ich nehme mal wieder auf. Ist das geil? – Törö, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft with SkyWars auf dem Gourmet.netzwerber. Das ist nicht richtig, Play Infinity Punkt Netzwerber und ich habe hier irgendwie noch nie gespielt auf dieser Map. Ich hoffe, ich finde hier die ganzen Items, oder die ganzen Kisten. Auf jeden Fall habe ich hier ein paar Sachen anzusprechen. Wie ihr sicherlich wisst, war ich mal wieder inaktiv. Da will ich mich nur entschuldigen. Ich will jetzt gar keine großen Gründe sagen. Es war einfach ein bisschen stressig bei mir zur Zeit. Das will ich einfach nicht aufnehmen. Und, das müsst ihr verstehen, wenn keine Videos kommen, dann hat das seinen Grund. Das war es damit. Ich will mich aber jetzt eigentlich gar nicht so drüber aufregen, dass ich inaktiv war. Das war halt so. Dagegen können wir nichts machen. Ich will jetzt eigentlich hauptsächlich mich bedanken. Mich bedanken für eure Aktivität. Krasse Abonnenten, glaube ich, um die 70 Aufrufe, was richtig krass ist. Das heißt, es interessiert ziemlich viele Leute, was meine Community so macht. Und ich bin mega happy. Generell, was auch die Abozahlen angeht. Ich habe jetzt in der letzten Woche richtig viele Abos gemacht, obwohl ich inaktiv war. Und ich freue mich drüber. Wir haben zur Zeit 188 Abos. Das heißt, wir brauchen nur noch 12. Und dann haben wir die fucking 200 Abos. Und das war mein Jahresziel. Jahresziel. Ich betone Jahresziel. Ich wollte Ende des Jahres 200 Abos haben. Und jetzt schaffen wir das schon fast im Juni. Und das Beste dran ist, ich habe am 2. Juni 2000 meinen Kanal gegründet. Und das habe ich noch was anderes zu sagen. Nämlich, das habe ich auch geburtsagt. Und das wäre jetzt eigentlich mein momentaneres Ziel, dass wir genau an dem Tag dann die 200 Abos knappen. Oder schon davor. Aber auf jeden Fall will ich am 2. Juni schon meine 200 Abos haben. Das wäre richtig genial. Und dafür habe ich auch eine Menge geplant. Nämlich will ich ab jetzt mehr Abwechslung auf meinem Kanal bringen. Und das geht wie folgt. Ab Dienstag wird ein neues Kanal auf meinem Kanal folgen. Ein neues Video auf meinem Kanal folgen. Nämlich will ich das... Dienstag wird ein neues Kanal auf meinem Kanal... Ein neues Kanal auf meinem Kanal folgen. Ein neues Video auf meinem Kanal folgen. Nämlich will ich das... Ähm, ich muss mich kurz konzentrieren. Ich hoffe, das versteht ihr. Das hat auch gut funktioniert. Wir haben 2 Kills. Sehr schön. Ähm, auf jeden Fall will ich ab jetzt mehr Abwechslung auf meinem Kanal bringen. Das bedeutet, ich will ab jetzt mehr Indie-Spiele bringen. Ich glaube, das wird den einen oder anderen von meinem Kanal freuen. Ich war ja noch nie ein purer Minecraft-Kanal. Das denken vielleicht viele, aber das ist niemals so. Ähm, ich will mehr Abwechslung bringen. Das heißt, vielleicht Indie-Spiele, mehr FIFA oder andere Spiele. Mehr Abwechslung wird auf jeden Fall vonstatten gehen. Und meine Videos werden ein bisschen besser bearbeitet sein. Äh, ich hoffe jetzt vielleicht nochmal kurz anzusprechen, dass ihr euch auf Varu freuen sollt. Das ist auf jeden Fall gut bearbeitet. Das ist zusammen im Team mit King Nigo. Und ihr wisst, wir beide sind ein ziemlich vertrautes Team. Und das wird auf jeden Fall Spaß. Ähm, das wird auf jeden Fall Spaß. Ja, genau so ist es. Ähm, es wird sicher witzig. Und das ist auch recht gut organisiert. Die Leute, die das organisieren, sind von dem Kanal XBCX. Und der Kanal, äh, mit dem, ein von denen habe ich sogar aufgenommen. Das Video wird wahrscheinlich demnächst folgen. Ich kann noch nicht genau sagen, wann. Aber es wird noch folgen. Ja, sonst gibt es dazu nicht viel zu sagen. Wir geben denen jetzt einfach das Wasser weg. Und dann haben wir eh schon gewonnen. 3, 2, 1. Und Therö, das haben wir gewonnen. Chi Chi und Therö. Der liebe Tim schreibt sogar, das schaffst du. Wupp, wupp, wupp. Das stimmt. Danke Tim für deinen Glückwunsch. Und deswegen haben wir gewonnen. Chi Chi und Therö und Tim. Groß an dich. Das Tech Shopping, mit dem wir überhaupt schwimmen. Übrigens. Das ist auch von dem Leben Thieme. Und ich bin gerade mega gehypt. Ich hoffe, das geht so weiter. Also, ich will jetzt Videos machen. Ich freue mich drauf. Und warum stirbt der nicht? Bitte sei es nicht, dass der noch... Nein, der ist dort unten. Gleich haben wir gewonnen. Und das war es jetzt einfach mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Abonniert mich. Dann schaffen wir die 200 Abonnenten und die 200 Finofanten. Und jetzt verabschieden wir uns doch schnell. Mit einem kräftigen. Endlich mal wieder mit einem kräftigen. Therö.